Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together. Es ist nicht mehr ein Together, es ist mehr so ein Staffellauf zum Erbfolge-Let's Play von Crusader Kings 2. Wir sind der Kaiser, wie er sollte mir auch sonst sein, von Brydain. Brydain, ich hab's nochmal nachgeschaut, ist der walisische Name für Britannien, ein alter walisischer Name für Britannien. Ich weiß immer so genau, mit wem wir gestartet sind eigentlich, ich glaube das müsste dann schon bei Lisa gewesen sein. Unsere Hauptstadt liegt in Cornwall, ja, irgendwer, ich weiß nicht wer, ich hab mir die Folgen von meinen Mitstreitern nicht angeguckt, um hier nichts zu spoilern. Deswegen muss ich erstmal gucken, mit wem sind wir im Krieg, haben wir Thronfolger, wie ist unsere Startsform, kommt alles noch in dieser Folge. Wenn ihr das alles schon wisst, könnt ihr auch vorspulen, aber dann verpasst ihr ja meine tolle Unterhaltungskunst. Wir sind hier in Cornwall, ich hab die Hauptstadt irgendwann nach Middlesex verlegt, weil London aber, ja, scheint wohl nicht mehr aktuell zu sein. Ich kann mich noch daran erinnern, dass mir hier oben, ah, ich vergesse, das ist nicht Bretant, Bretonisch, Bretagne, die Bretagne hier oben, ja, die Bretagne sag ich doch, erobert. Wir haben den Fuß auf Kontinentaleuropa gesetzt, der Bereich hat sich noch weiter hier bis nach Spanien und an die Mittelmeerküste weiter ausgedehnt. Da Hut ab, Chapeau, wer auch immer das gemacht haben mag. Aber was noch viel krasser ist, wenn wir mal hier oben schauen, ja, es gibt zwar noch Norwegen und Schweden, aber mir haben Norwegen unglaublich viele Ländereien abgeluchst. Was heißt unglaublich viele? Hier oben sieht es ja immer nach viel aus, aber das ist ja eigentlich, guck mal hier zum Beispiel, das müsste cooler sein, wenn mich nicht alles täuscht, ja. Da hast du ja riesige Landflächen, die nicht viel bringen, aber gut aussehen und dann eben auch den Schriftzug hier dementsprechend groß auf der Karte erscheinen lassen. Aber nichtsdestotrotz haben wir unser Staatsgebiet hier mehr als, ich würde fast sagen, verdreifacht, gehen hier nach Russland rein sogar. Und hier sind wir auch in der kriegerischen Auseinandersetzung mit wem? Mit Häuptling Svetosare von Galitsch-Merski. Galitsch-Merski, fragt ihr euch? Ich kenne es auch nicht. Ist nur eine Grafschaft, die haben wir schon belagert und da müssten wir auch demnächst eigentlich in der Lage sein, unsere Forderung durchzusetzen. Außerdem nicht zu, beziehungsweise sehr leicht zu übersehen, aber nicht zu verwechseln mit Polen. Ich gehe, wir teilen dieselbe Farbe mit Polen, ist wahr? Also wenn, dann ist das nur eine Schattierung dunkler. Ja, also da musst du im Farbrat, also da kannst du, da musst du schon pixelgenau gucken. Denn das hier ist auch Brydain. Ich gehe mal auf die diplomatische Karte. Ja, alles was grün ist, gehört tatsächlich zu uns. Also auch Vilnius, die Hauptstadt von Litauen. Wir sind hier, ja, dann auch mit Jadwingien, kurz vor Polen. Hier vor der, das muss die Weichsel sein, genau. Und unsere kriegerischen Auseinandersetzungen sind wo? Moment, jetzt haben wir natürlich die Diplomatiekarte. Mit allem, was hier rot eingefärbt ist, das sieht jetzt noch viel aus, aber wenn wir schauen, das sind nur 1, 2, 5, 10 bis 20 Grafschaften vielleicht. Das ist nicht wirklich viel. Wir müssen über 100 sein, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz ist unsere Domaingröße nur bei 2 von 5, aber wenn wir hier welche erobern, dann können wir da locker welche dazu bekommen. Soweit zu unserer territorialen Ausbreitung und zu unserem diplomatischen, ja, hier Kyniak von Mari. Ich habe mir schon mal ein bisschen genauer angeguckt. Das hier ist alles, genau, das sind hier nur 2 Territorien und er hier herrscht über hier unten, genau, gehört das hier noch dazu? Das leuchtet hier auch so auf. Ja, aber wie gesagt, das soll man ja kein Problem haben. Wir haben 6.000, 7.000 Mann hier gegen 2.000 stehen, so wie es aussieht, kämpft auf unserer Seite nämlich auch noch Kaiser Redbot, der junge Kaiser Radbot. Ja, das Heilige Römische Reich ist auf unserer Seite oder aber wir sind auf der Seite des Heiligen Römischen Reiches, das kann natürlich auch sein. Wir unterstützen uns hier auch bei den anderen Kriegen und da müssen, also da sind wir unschlagbar, ja, wenn das Heilige Römische Reich auf unserer Seite ist. Wie wir das geschafft haben, dass der Kaiser uns unterstützt, das ist mir ein Rätsel, da auch wieder Hut ab. Ich gehe mal davon aus, dass Legendary Marvin da seine Finger im Spiel hatte, wobei Black Tesla natürlich das Spiel auch sehr gut beherrscht. Und ich muss mich entschuldigen, sehr, sehr entschuldigen, beim Struppi oder bei der Struppi. Ich habe nämlich anscheinend in meinem ersten Durchgang des Öfteren mal Dokrati genannt. Dokrati spielt hier natürlich nicht mit, der ist natürlich trotzdem gegrüßt, aber hat mit diesem Let's Play nichts zu tun. Der Struppi ist mein Nachfolger. Und so werden wir auch unsere Kinder benennen, falls wir denn mal welche zeugen sollten, denn im Moment haben wir keinen Thronfolger. Das heißt, wenn wir jetzt sterben sollten, ist das ganze Let's Play dahin, oder? Ich weiß es gar nicht. Prinzessin Agnes von Pryden, unsere Halbschwester wäre unser Nachfolger. Die ist aber eingekerkert. Bei wem? Von ihrem Mann, von König Charles V. von Frankreich. Er ist gerade mal 18. Wie alt sind wir? Wir sind, schauen wir uns das mal an, 25. Oh, das ist ein super alter. Oh, das wird lange hier. Das wird lange. Jung, gesund, gut genährt. Gattin, Kaiserin Sophia von Bryden ist 20, aber orthodox. Wieso sind wir orthodox? Was sind wir denn? Wir sind katholisch. So ist das gehört. Können wir die Scheidung ersuchen? Religiöse Konversion, religiöse Konversion fordern. Fordern, dass die Kaiserin den Glauben annimmt. Okay, und was haben wir davon? Ist keine reformierte Heide, keine feindliche Aktion, bla bla bla. Sie würde auch zustimmen. Grundzurückhaltung, minus zwei, Meinung von mir, plus zwei. Ja, machen wir das. Die religiöse Einheit. Ich gehe mal davon aus, dass das nur Vorteile bietet und keine Nachteile. Diplomatie, hier, dreimal Krieg, das haben wir hier unten auch. Ansprüche auf die Baronie von Altenburg, aber nur schwach, ist okay. Also, wir sind Kaiser im Reich von Bryden, außerdem sind wir König von Kampra. Dazu gehört Wales, Teile Wales und hier eben der Südzipfel der britischen Insel, Cornwall und Devon. Das müsste eigentlich unser Ausgangspunkt gewesen sein. Wir sind außerdem der Herzog von Lancaster. Lancaster. Wir sind Herzog von Paris. Herzog von Cornwall. Cornwall ist sag ich es noch zweimal. Und Devon. Okay. Das heißt, unser Domäne ist nicht allzu groß. Wir haben nicht allzu viele Titel inne. Das ist okay. Das ist okay. Da dürften unsere Vassallen eigentlich relativ besänftigt sein. Schauen wir mal. So. Hamelin, Bischof von Exeter, ist unser Best Buddy. Aber dann fängt schon an. Ja, der Nächste hatte nur 63 Zufriedenheit mit uns. Zufriedenheit mit uns. Sorry. Durch die ganzen, wenn du verschiedene Spiele spielst, ist das oft nicht leicht auseinanderzuhalten. Blethiot de Lethbury, der Graf von Hereford, ist bei minus 77. Das ist okay. Das ist okay. Wir schauen mal kurz bei den Fraktionen, ob es da, uh, okay, ob es da gefährliche gibt, aber 43 Prozent. Ja, wer ist da Mitglied? König Rikard? Rikard? Ich ne, Richard. Der Ritchie von Agitanien. Unser Vassall. Ähm, der ist nicht, der ist König und mag uns nicht. Warum das? Warum das? Und denn? Aber der Anführer ist Herzog Halkiel, der Weiße. Was können wir denn machen? Können wir denn einkerkern? 34 Prozent Universalen würden uns alle hassen. Schauen wir mal, was wir denn so im Kerker liegen haben. Intrige. Handelsschiffe zwangsverpflichten aufgrund von Liegenschaften über sie floriert in meinem Reich die Handelsschifffahrt, deren Schiffe in Kriegszeiten zwangsverpflichtet werden können. Gegen eine stattliche Summe Gold, versteht sich. Ja, brauchen wir jetzt nicht. Turnierabheile abhalten, Heilige Mann anrufe, brauchen wir auch nicht, brauchen wir nicht. Kaufe Ablass für meine Sünden, in der Hoffnung einen Brief an den Papst schicken, dass uns unsere Sünden erlassen werden, unsere Pietit steigt. Hat größeren Reichen als 41, als 25, ist kein Ketzer. Ja, merken wir uns, denn bei meinem ersten Testlauf bin ich nach wenigen Tagen exkommuniziert worden. Wenn das hier wieder passiert, wissen wir aber wenigstens schon mal, was wir so machen. Bedrohungen, Bedrohungen, Fraktionsführer. Ach, das ist gut. Gab es die Bedrohungen schon vorher? Wenn ja, habe ich es mir nicht genau angeguckt. Es gibt die Gefangenen. Da können wir mal so durchskippen und gucken, ob es jemanden gibt, den wir entlassen könnten, der uns dann, das ist Aune, mit sechs Jahren schon im Kerker, das haben meine Vorläufer, ja doch, denn da ACP gemacht. Sechs Jahre in den Kerker. Ah, nee, Quatsch, die ist seit sechs Jahren im Kerker. Sie ist 14. Das macht sich wirklich besser. Das macht sich wirklich besser. Genau, man kann hier durchklicken und hier steht immer freilassen und bei manchen steht eben dann auch, wer würde als kniedig eingestuft werden von den Vasallen. Im Moment nicht. Verschwörungen, solange es nicht gegen mich geht, ist alles okay. Ich habe aber auch keine Zeit, jetzt 49 Verschwörungen durchzugucken. Militär, wir verfügen über 29.000, 37.000, nicht aus dem Max-Gesamt, 37.000 insgesamt. Das ist super, damit können wir arbeiten. Damit dürften wir, glaube ich, weit vorne mit dabei sein. Erstmal machen wir mal das hier wieder zu. Dann Domäne, Reich, Aufgebote eures Reiches. Okay. Ah, das sieht wohl so aus, als ob Kriege, mögliche Erbschaften. Ich würde gerne schauen, ob wir eine Möglichkeit haben, auch die anderen anzuschauen. Nein, das geht in diesem Spiel nicht. Das geht nur in Europa-Universalis 4. Nun denn, kümmern wir uns erstmal um die Kriege hier hinten im Hinterland. Also, ich weiß nicht, das Expansionsstreben meiner Vorfahren war wirklich unstillbar, ununzettigend. Nein, nach was suche ich denn? Ach hier, vier Titel können geschaffen werden. Herzogtum von Kula-Samen. Dort gibt es Bauernrebellen. Warte mal, das können wir doch jetzt schaffen und dann haben wir unsere Domäne auch vergrößert, oder nicht? Mach mal. 192 Gold und würde euch 200 Prestige einbringen. Ja, das Gold ist ja gar kein Problem. Nice. Von Kula-Samen. Okay, es gibt das Kula-Samen. Machen wir mal einen Tag weiter. Ist die Domäne vergrößert? Nein. Dann können wir die anderen auch erschaffen. Herzogtum von Wibsbeck. Okay. Wir werden hier erstmal von Rus keine neuen Grafschaften bekommen. Dann können wir das lockerflockig machen. Herzogtum von Livland. Da gehe ich auch mal davon aus, was wir das machen können. Klar. Außerdem haben wir damit auch tolle Grafschaften, die wir dann verschenken können an unsere Feinde. Herzogtum von Klinow. Klinow. Was soll das denn sein? Im Niemandsland. Ja gut, aber ich sehe keinen Grund, das nicht zu machen. Machen wir mal. Das Gold haben wir. Prestige haben wir. Grafschaft ist groß genug. Okay. Ein Titel kann übernommen werden. Übernommen werden. Grafschaft von Semba. Schauen wir mal, ob das jetzt mehr werden. Ein Tag ist vergangen. Okay. Ähm. Ja, nehmen wir doch. Sollen wir die Grafschaft mitnehmen? Ich weiß es nicht. Nicht. Ich weiß es nicht. Ähm. Wie wäre es, wenn wir erstmal damit warten? Das ist doch nicht, das ist doch nicht unsere Grafschaft hier. Das gehört doch gar nicht zu unserer Region. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil vor meiner Tür Gespräche stattfinden. Und ich eigentlich davon ausgegangen bin, dass niemand da wäre. Aber ich werde nicht überfallen. Dann ist ja gut. Jetzt nochmal. Äh. Grafschaft von Semba. Wieso können wir den Titel Grafschaft von Semba übernehmen? Das ist doch. Das gehört doch zu Litauen. Gehört Litauen zu uns? Sind wir auch Herrscher von Litauen oder was? Schauen wir mal. Ne, da ist der König. Wir haben trotzdem Anspruch drauf. Den haben wir da mal geerbt. Dann übernehme ich den mal nicht. Dann übernehme ich den erstmal nicht. Unverheiratete Erbe. Prinzessin Agnes von Prydain. Unsere Halbschwester. Ist eingekerkert. Ah, und ihr Gadde ist gestorben. Der König von Frankreich. Sie ist, wie alt? 53. Ach, sie ist unser Erbe. I see. Heirat arrangieren. Mit ihr würden wir weiterspielen, wenn wir denn sterben würden, ohne selbst jetzt Nachwuchs zu zeugen. Es gibt aber auch niemanden, der sich für sie interessiert. Nun gut. Eingekerkerte 53-Jährige ist es nicht unbedingt, ja, das beste Heiratsmaterial, wenn ich das so sagen darf. Das heißt, das hier können wir wegklicken. Deaktivieren. Das hier erstmal auch. Und eine Ambition wählen können wir. Wir sind, ja, noch kinderlos. Muster der Tugendhaftigkeit werden. Tochter bekommen. Nein. Sohn bekommen. Beliebiges Kind von Prydain ist männlich. Erlangt 10-Pietät. Ja, das machen wir. Da bin ich gut drin. Sünde bekommen. Hihihi. Ähm. Okay, dann war's das. So, jetzt aber hier zum Krieg. Ich gehe mal davon aus, dass wir das Kröpse alles erledigt haben. Die Gesetzgebung, das sehe ich erstmal nicht. Das sind Feinheiten, die wir uns für später aufheben. Intrige, Fraktionen, Religion. Der Zachary, der Zweite, ist unser radigiöses Oberhaupt. So, also. Es sieht so aus, als ob wir das hier schon besetzt hätten, nicht wahr? Ah, nein. Das sind wir gerade dabei. Dann lassen wir's mal laufen, nicht? Machen wir am Anfang, äh, maximal Geschwindigkeit Stufe 2. Hier, Belagerungen werden mir angezeigt. Äh, euer Weißleute, ich nehme eure Weißleute. Ah ja, unsere Frau. Äh, konvertiert zum katholischen Glauben. Das ist gut. Die Belagerungen sind bei 55%, 16,7%. Heiratarrangierin. Ja, wer soll hier verheiratet werden? Mir stelle ich vor, dass Prinz Sviazolav von Routinien und Prinzessin Mona von Prideen heiraten. Ähm, wer? Unsere Halbschwester ist das. Unsere Halbschwester, Ehebünde. Kaiser Radbot, der Junge. Was sind denn bitte Ehebünde? Rivalenfreunde, Halbschwester? Freunde? Familie, hier ist immer. Beziehungen sie mir egal. Okay, ihre Eltern. Ah, ich sehe, mein Vater war auch ihr Vater, aber sie stammt aus einer anderen Mutter. Sie stammt aus einer anderen Mutter. Sie stammt von einer anderen Mutter. Okay. Ihre Geschwister. Hab ich denn auch so viele Geschwister, sag mal? Und wie? Schaut euch das mal an. Baron Egonson, Prinzessin Agnes. Ja, sie wird auch, sie wird Kaiserin werden. Das kann nicht sein. Wird sein, dass wir hier, äh, Kind zeugen. Geberga Veric Katkutic. Okay, also die meisten sind ja entweder tot oder so halbblutsverwandt und nicht. Das ist ja ein großes Tovorabohu, sag mal. Ähm, Prinz, unser Neffe, unser Neffe, hat er denn, äh, Prinz, Nachfolger auf Grafschaften Uglitsch. Kulturrussisch, Alter 17. Für Truppen in Turov an. Na, aber es ist nur Nachfolger auf die Grafschaft, nicht auf das Königreich von Routinien. Das ist ja gar nicht mal so klein ist hier, ne? Ja, da geht einiges. Ähm, uns da einzuheiraten ist, glaube ich, eine sehr gute Idee. Nichtsdestotrotz würde ich gerne wissen, wer denn da der Nachfolger ist. Prinz Konstantin, ist der schon verheiratet? Nein, sollen wir da mal eine Heirat arrangieren? Mit einem, mit jemand von uns, die Mona zum Beispiel, ne? Dann heirate auch lieber den Bruder, der auch in der Erbfolge vorne dran steht. Diese Person hat Anspruch auf folgende Titel, Prydain und Altenburg. Das ist nicht verkehrt, das machen wir. Äh, im Haus, no text for key house, 302 Prestige. Ihr Mona willet euch dann heiraten ins Haus, nene, 303 und Müll durch, ja, okay. Aber es war okay. Unter den Bedingungen einer materilinearen Heirat gehören sämtliche Kinder, die aus der Ehe hervorgehen zur Dynastie der Mutter, nicht zu der des Vaters. Die sorgt für das Fortbestehen eurer Dynastie, wenn euer Herrscher oder der Nachfolger weiblich ist. Da warten wir mal noch ab, oder? Wird der materilinear, würde er eh nicht zustimmen. Ja, wir müssen patrilinear nehmen. Machen wir das. Hier lehnen wir ab. Sie scheinen ja dafür auch zu haben zu sein. So, wir gucken hier oben weiter, was im Krieg passiert. Wenn mich nicht alles täuscht, ja, es kommuniziert auf geheiß König Bart von Norwegen. Aber wir haben ja gute Connections zum Papst. Da gucken wir mal kurz vorbei und fragen ihn, ob er das nicht wieder zurücknehmen kann. Ne? Ähm, Papst, pass mal auf. Achso, da würde ich hier doch einfach, ähm, erst mal um Ablass bitten. Das haben wir gemacht. Das dürfte jetzt in der Stange Geld gekostet haben. Gucken wir mal, ob der Papst dazu sagt. Vieles sagen wir euch. Ich akzeptiere einen Vorschlag, dass Prinzessin Mona und Prinz Konstantin heiraten sollten. Sehr gut. Und er wird schon... Habe ich gerade den völlig Falschen ausgewählt? Ne, ne, er ist schon Nachfolger auf das Königreich. Okay, dann ist das doch. Ähm, ich hoffe es mal. Also, ich gehe davon aus, nicht wahr? Kann ja nur gut sein, wenn unsere Halbschwester da einheiratet. Der Heilige Vater hat uns die Absolution erteilt, Ehre sei Gott. Pietit hat ihren Preis, aber das ist wirklich zu viel. Ne, ne, ne. Wir zahlen gerne 109 Gold, erlangen 50 Pietit. Und seine Meinung ändert zwischen 20 für 5 Jahre. Sehr gut. Im nächsten Schritt können wir jetzt darum bitten, die Exkommunikation wieder zurückzunehmen, nicht wahr? Aufheben. Nein, das würde 25 Frömmigkeit kosten. Grundzurückhaltung. Ja. Können wir ihm ein Geschenk schicken? 664, das ist es mir wert, auch wenn es unglaublich teuer ist. Aber das sagt er nicht Nein, wenn ich mir dann der Kirche beitrete. Ich muss das auf jeden Fall machen. Meine Vasallen können sonst was von mir halten. Wenn ich exkommuniziert bin, dann bin ich ja freiwillig praktisch. Belagerung vom Stamm der Külnoff. Ich werde gerne die Exkommunizierung von Kaiser Engels III annulieren und ihn wieder in die Kirche aufnehmen. Nice. Tja, lieber König von Norwegen. Jetzt fragen wir mal, ob er den König von Norwegen nicht exkommunikieren kann. Exkommunikation ersuchen. Dies wird euch 100 Priorität kosten und im Erfolgsfall von seinen Verwandten als Beleidigung angesehen werden. Das stimmt wohl. Ich stehe hinter Graf Thorstein. Thorstein, das ist ein toller Name. Außerdem ist die Grundzurückhaltung viel zu groß. Okay, schade drum. Können wir nicht gleich das mit gleichem bekämpfen, aber wir können ihn ja einfach sein Königreich wegschnappen. Einer meiner Informanten, ein junger Soldat mit mehr Lasthahn als Geld, schaffte es das Vertrauen von Graf, Tjernualok zu gewinnen und steht nun oft als Wache vor der Tür. Ich weiß zwar nicht, wie der Kerl das gemacht hat, aber wer schaut schon einen geschenkten Gaul ins Maul. Wenn ich ihm genug Gold biete, könnte ich ihn vielleicht davon überzeugen. Tjernjagdluk zu? Ja, was denn? Was? Okay, der Graf ist unser Vassal. Und er ist Graf von hier. Ja, das wäre sinnvoll. Verlieren 5 Gold. Graf Tjernjagdluk wird angegriffen und hoffentlich getötet. Mord geht zu weit. Nee, ich hab doch gewisse solch Interesse daran haben, ihn zu töten. Wie ist er denn mir gegenüber eingestellt? Nicht gut, aber wenn das auffliegt. Nee, das ziemt sich nicht. Wie soll ich das denn? Da kann ich keinem vertreten hier. Belagerung von Cola. Ah ja, da oben haben wir natürlich das Problem hinter den Bauern. Da hab ich mir das total ausgeblendet. Schau mal, was hier in der Umgebung an Einheiten ausgehoben werden kann. Hier nichts, da nichts. Doch, hier. 100. Dann doch 100, Leute. Wow. Ja, auch nochmal 500. Reicht das? Da sind wir gerade bei 1000. Das wird schon knapp. Das wird ein knappes Höchstens, sage ich euch. Ja, vielleicht. Oh, komm, da müssen noch irgendwo Städte sein. Und hier, Finnland, die ganze Ecke. Auch nirgends. Da muss doch, da muss doch, oder wurde das hier schon alles ausgehoben, vor kurzem erst. Das kann natürlich gut sein. Ihr geht. Ja, ja, ja. Ja, um den Krieg hier unten zu führen. Das ist natürlich effizienter, als die lange Zeit rüber marschieren zu lassen. Ja, dann kommt ihr noch dazu. Habe ich euch schon da hingeschickt? Ja, seid auch auf dem Weg. Dann schaut ihr, dass ihr ein bisschen Moral aufbaut und greift die Bauern an. Kalif Scheiban akzeptiert das Friedensangebot von Basilisa Dionysia, der Hammer. Kalif gegen unsere Schwiegermutter vom byzantinischen Kaiserreich. Da schau her. Gegrüßt seid ihr, Byzantiner. So, ich muss euch hier oben jetzt mal um die die letzten paar Einheiten kümmern. Warte mal, ich würde sagen, mir greift ein Bein sein aus an, dann können sie nicht so leicht fliehen. Hoffe ich doch mal, sie müssten ungefähr am selben Tag ankommen. Wenn da ein, zwei Tage dazwischen liegen, da macht das keinen großen Unterschied. Ja, und sie akzeptieren auch ihr Schicksal, werden sich dem Kampf stellen. Da dürfen sie keine Frieden anbieten. An den heldenhaften Kaiser Egonson III. ihr in euer Hausmögel gesegnet sein. Wir kopulieren unter diesen Bedingungen mehr lang 100 Priorität, 50 Prestige, plus 3 Moralautorität. Er verliert einiges. Kaiser Egonson unterwirft die Herrscher der seinen Religionen und übernimmt der seinen Religion und übernimmt alle anderen Titel im Großfürstenturm von Wladimir. Das nehmen wir natürlich gerne an. Und dann ist der Krieg vorbei. Wir haben Galitisch-Merski erhalten. Und wohl auch noch was anderes, denn unsere Domäne ist jetzt bei 4 von 5. Okay, wunderbar. Die Einheit kommt hier noch rüber. Und wird dann gleich dazu stoßen und hier die Schlacht vernichtend gewinnen. Einheiten zusammen. Ja, sie dürften eigentlich nur bis hierhin fliehen können. Da geben wir ihnen jetzt noch den letzten Rest. Falscher Besatzbesitzungstyp in Domäne. Besitzungstyp. Was soll das denn heißen? Könnte ich da ein bisschen mehr Information bitte zu haben? Das wäre ganz schön, glaube ich. Grafschaft. Reich und Briding. Schlacht gewonnen. Cool. Belagerung von Cola ist nicht unsere Belagerung. Oh, warte mal. Wir haben A. Hier soll es noch mal 100 Prozent. Steffen Mapp Salomon behauptet, er ist ein besserer Kämmerer als Baron. Ah, Kämmerer. Jetzt pass mal auf mein Rad. Den habe ich noch gar nicht angeguckt. Was kann denn unser Kämmerer? 5. Ja, auf jeden Fall. Aber da, warte mal, warte mal, warte mal, ernennen. Da nehmen wir natürlich den Besten im Reich. Wer ist das? Wie kommen wir denn darauf, dass er der Beste wäre? Ne, wir nehmen dich hier. Ich herrsche. Wir verlieren, er verliert 10 Prestige und seine Meinung ändert sich. Höfling. Ja, das kann mir egal sein. So, Pause. Machen wir hier noch Frieden? Frieden anbieten. Forderungen erzwingen. Ich weiß gar nicht, was von Gewand. Dann gehst du mal hier hin. Ähm, 7 von 5. Jetzt müssen wir was machen, auf jeden Fall. Domäne zu groß. Ein Titel kann geschaffen werden. Das Herzogtum von Mari. Machen wir. Äh, das Gold haben wir mehr als genug. Und was der falsche Besitztumstyp ist, das werde ich noch in Erfahrung bringen. Sind zwei Bistümer und sind zum Graf schaffen oder wie? Oder was? Seltsam. Ja, ähm, ich bringe das gleich in Erfahrung. Domäne zu groß. Das ist klar, da werden wir, äh, unseren, den Leuten, die uns am meisten hassen, den Vassalen werden wir dann, ähm, ja, Besitztümer zukommen lassen. Ja, sind schon ein paar, die bei über 100 sind, ja. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoppla. Ah! Wir haben einen neuen Erben. Na, das ist doch mal ein Abschluss. Sie war die ganze Zeit schwanger. Brauchte ich ja gar nichts machen. Hast du gut gemacht, Junge. Hast du gut gemacht. Äh, leider wurde es eine Tochter. Iriodandrek. Hm. Wir könnten sie die Struppi nennen. Die Struppi. Man weiß ja nie, wenn wir sterben sollten, muss Struppi eben als Frau weiterspielen. So, Pause. Ein Krieggiel ist noch zu gewinnen. Es gilt rauszufinden, welcher, äh, was ein Besitztumstyp der Domine ist und warum der falsch sein sollte. Und dann freue ich mich euch darauf. Dann freue ich mich darauf, euch dazu beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Egon Sam.